es geht los ja bin ich das sollte er sich jetzt wehren Satelliten sind abgestürzt Melee! Melee! und herzlich willkommen zu meiner allererste Runde warzone habe ich noch nie gespielt aber schon season 4 Egal, Rainer, Training spielen, brauche ich ein Training, ja komm Schieb die Platte in deine Weste ja, Rainer, oh geil gut gemacht, drücke zum nächsten Bereich vor, treffe alle Ziele prima ok, mach rauf jetzt easy, weiter geht's, weiter mit oh, was, wie war her mit der Panzerung kann ich denn jetzt, habe ich jetzt weniger Panzerung, weil ich mir die jetzt nochmal reingeschoben habe ich war jetzt noch voll, ah ja ok, jetzt habe ich die komplett verbraucht, obwohl ich noch voll war, ja nice nice hier ist ein Sturmgewehr hier ist ein Sturmgewehr er gibt da ja ok, Kohle gut gemacht, Kumpel oh hi Kräuger auf den Boden alles wird gut, Krüger bloß raus hier was möchten sie machen ja rein sehe ich so aus erbeuten, verbessern, überleben das sind die Tugenden auf dem Schlachtfeld und im Weltraum wann ich eigentlich Zöpferkeit, Heldenmuth zusammenhalte egal ich muss am längsten überleiten überleben kein Problem kommen sie dem Gas oh, ich werde schon beschossen da schießt da schon wer ich gehe mal hier auf den Parkplatz, unter die Brücke da bin ich sicher also ist hier noch die Lobby, das ist auch gar nicht das Spiel gut, das war genug vorgeplänkelt jetzt wird das ernst was für vorgeplänkelt, ich habe gar nichts, gar keinen getroffen ey Krieg ready Commander da abspringen jetzt oder ja ok, rein da ich bin schon ganz gut unterwegs glaube ich oh, da ist einer oh, da wollen ja alle hin nicht mal nach vorne hin ok der landet ich habe sonst keine Waffe aber nicht so gut ne hallo das ist eine gute Waffe es sieht nicht aus wie eine gute Waffe wie mache ich die Lampe aus was sind denn da für Geräusche hier ich würde ja echt gerne die Lampe ausmachen ne sag ich dir wie es ist das verrät glaube ich nämlich so ein bisschen meine Position aber was solls nützt nix wo ist die Zone ich bin auf jeden Fall gut gut mit dich ich kann da glaube ich nicht einfach rüber rennen da ich ein bisschen tot bin ok, hier sind welche naja geiler fuck 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 die Bullen ich gehe mal rüber ich hoffe dass ich das überlebe zum Stadion oh Gott ich bin getroffen mit der Brücke glaube ich nicht so geil finde wo bist du denn wo bist du was ist er denn geiles Stadion alles ok, das war los ok, wird mich mittlerweile gesehen haben da geht es was ist in einer Sekunde der Kreis verengt sich aber ich bin doch schon in der nächsten Zone drin ne aber alles gut soweit ich gehe jetzt mal zu ihm hin na da ist der Schweinepriester Mann der ist noch sehr viel reingerannt creepy hier drin ich bin wieder raus noch nicht hier reingerannt keine Ahnung alter bisschen Angst mach ich das richtig ich meine ich lebe noch betonung auf noch Ah der hat auf mich gegeiert der kleine Wixer und mich dann einfach weggenommen und das ist jetzt dieses Gulag ne ich habe nicht die Chance wieder raus zu kommen oder na scheiße Aua alter nur mit Pistole oder was welches Ziel nichts getroffen Stop schade mhm scheiße das lief nicht so gut zweiter Versuch jetzt wird es bestimmt klappen soweit so gut Stadion keine Ahnung ich gehe mal da vorne zur TV Station keine Ahnung ob das gut ist gar keine Ahnung Dein Primärziel ist das sie alle zu töten ok hier ist auf jeden Fall jemand in der Nähe hier fahr doch gerade einer oder? Hilfe HA JA First Blood easy wer will mir was wer kann mir was haha direkt ungesiegbar ich verstehe aber nicht wie ich da hochkomme aber ich würde ihn jetzt echt gerne looten oh no ok jetzt können wir vielleicht gegen den, den ich gerade gekillt habe ne dann schaffe ich es vielleicht sogar nochmal reines Gulag wenigstens habe ich einen Kill gemacht wenigstens einen Kill gemacht jetzt kann man mir mal zugute halten hier bitte au au nice guck mal du Level 1er ich bin der High Level hier da ist Potential die sind alle fangen alle heute an so wie ich da werde ich jetzt abräumen abräumen werde ich da achtet merkt euch meine Worte ich werde abräumen abräumen werde ich das ist der erste Win heute mit Ansage der Feind nähert sich der Feind nähert sich ok wird easy wird easy bot da will keiner hin wir unten hin zu töten ich werde mit E-Sachen aufnehmen ich weiß nicht immer dass es F ist LMG sehr schön riecht schon mal in die Zone rein also auf so offenem Feld fühle ich mich sehr sehr unwohl BAM Kessinger 200 Schuss aber ich brauche auf jeden Fall noch irgendwas anderes weil das geht ja richtig schnell leer da hätte ich noch noch sein LMG mit ich will hier eigentlich echt nicht raus aber ich muss muss da rüber wenn die Zone da gleich ist Alter ich will da nicht rüber laufen ich komme da eh nicht rüber ich werde auf dem Weg werben da schaut doch schon einer da guckt doch einer ich hab doch da einen Sniper gesehen ich fühle mich hier sehr sehr unwohl was ist denn jetzt der eigentlich für eine Krone ist das ein Spieler ok der war gar nicht damit der war sehr überrascht ich musste auch 2 Sekunden überlegen ich muss da jetzt rüber weil ich werde sowas von sterben da brauchst doch nur irgendeiner da oben in dem scheiß Turm sitzen bisschen Kohle alles gut ich habe überlebt das hätte ich nicht gedacht ich habe nicht gedacht dass er sich bis auf die Straße komme kommt Norde ich steigen Pisse aus und wollen mich holen da sehen wir aber gar nicht überhaupt Gott Alter richtig unnodes Gefühl wenn überall jemand sein kann ich schau mal im Hotel um zeigt euch ihr Schweine ich bin auf jeden Fall in der Zone ne auch in der nächsten Woche was ist das da wenn das Feinde die da kommen oder oder war das Bournemouth oder was war das meine Güte dieses Endless Treppenhaus wie weit ok Levelaufstieg 4 Ease der war hier oben am snipen erscheint alles gut soweit wir werden jetzt wahrscheinlich einige Jungs hingehen ne Übel Intense Alter hallo mein Name ist Tobis hallo mein Name ist Tobis hallo erschreckt mich mal alter ich jetzt darüber es vergleicht sich jetzt die Zone oder was ja kletter mein aller Ruhe ja er hat das erste Mal ich daneben geschossen ne aber egal 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 ich muss jetzt einfach gewinnen egal wenn ich jetzt gewinnen wird alles gut ich überlebe einfach das ist jetzt ein Shotgun ne NEIN fuck alter aber das war ne richtig schöne Runde jetzt am Ende das war nochmal richtig intens wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like da ein Abo würde mich mega freuen schaut doch auf meinem Twitch-Kanal vorbei da werden wir das jetzt mit Sicherheit des öfteren spielen und schaut das auch beim nächsten Mal wieder ein bis dahin euer Tobis da tschau tschau fuck man